Ganz gemütlich zum Kaffeekränzchen habe ich mich heute mit der Melanie verabredet. Hallo Melanie. Hallo Claudia. Und wir beide begrüßen sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der Höffi Show. Was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht? Diesmal habe ich mitgebracht den Stuhl mit dem Produktnamen Hennig. Auf dem sitzt du jetzt auch gerade schon. Super bequem. Zu einem Toppreis für 79 Euro diese Woche. 79 Euro. Richtig toller Preis für den Stuhl. Ja, wie sitzt es sich? Wir haben gerade schon gesagt, ist schon bequem. Ja, also ich könnte hier auch wirklich den ganzen Abend sitzen. Das ist ja manchmal so ein bisschen der Nachteil, wenn man irgendwo im Restaurant ist oder es gibt ja diese harten und steilen Stühle und irgendwann nach dem Essen hoffiert man so von einer Pobacke zur nächsten und denkt, das passiert hier nicht. Kann ich endlich auf die Couch. Aber es ist super weich gepolstert, die Lehne ist angenehm, nicht ganz so steil. Trotzdem kann man glaube ich prima essen. Das kann daran liegen, weil du hast halt relativ viel Platz. Und zwar hast du von der Breite her 56 Zentimeter und von der Tiefe 66 Zentimeter. Das heißt, nicht nur optisch, sondern eben auch von der Breite und von der Größe. Ja, könnte man schon fast sagen, dass es so ein bisschen dem Sessel ähnelt. Und da vielleicht noch ein Hinweis, also wir sind ja jetzt hier auch im Essbereich und du sagst, ja dafür ist er bequem. Ich habe mir so überlegt, es würde aber auch passen, wenn du zum Beispiel den Stuhl in dein Schlafzimmer stellst. So in irgendeine schöne Ecke. Ja, kleines Design-Highlight und vielleicht auch einfach dafür nutzt, deine Kleidung am Abend drüber zu legen und dann hast du am Morgen gleich alles parat. Sehr gute Ideen. Da habe ich gleich so ein Bild im Kopf. Wir hatten in letzter Zeit auch richtig tolle Boxspringbetten hier bei Höfner vorgestellt und viele haben ja in dem Kopfteil auch diese Zierknöpfe und das wiederholt sich dann natürlich ein Design. Tolle Idee. Ja, genau. Du hast es gerade erwähnt, da können wir auch noch mal näher drauf schauen. Die Zierknöpfe super schön und edel und ja, passt mit dem Webstoff auch super gut zusammen. Jetzt hier in diesem Licht finde ich, es gibt so einen ganz, ganz schönen Glanz. Es hat wie so eine Leinen-Optik. Es wirkt also so richtig gemütlich und warm. Farbe halt grau, gräulich, aber wir haben trotzdem auch so Highlights mit dabei. Es leuchtet schön. Ja, es ändert mich fast so ein bisschen an diesen Landhaus-Style, moderner Landhaus-Style, Hemden-Style. Also sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Sag mal so ein bisschen was über die Füße, weil die sind ja auch ganz besonders. Ja, genau. Sehr gut. Da wollte ich auch noch drauf eingehen. Und zwar haben wir da Gummibaumholz, auch eine ganz spezielle Variante. Und wenn du einmal schaust, bei den vorderen Beinen, die sind ja gerade. Ja. Und bei den hinteren Beinen, die sind geschwungen. Ja. Also auch noch mal ein optisches zusätzliches Highlight. Ja, so ein kleiner Eyecatcher. Ja, und das alles für 79 Euro nur die eine Woche. Und wie immer können Sie Hennig natürlich bei uns im Milbehaus Höfner kaufen. Kommen Sie einfach vorbei und dann können Sie auch ein bisschen Probe sitzen. Das ist wahrscheinlich ganz interessant. Und dann können Sie testen, ob der Stuhl gut zu Ihnen passt. Oder Sie rufen einfach auf der Hotline an oder Sie besuchen uns im Online-Shop. Schönes Teil. Gefällt mir gut. Ja, mir auch. Ich bin ein Fan. Prima. Dann erst mit dir ganz lieben Dank, Melanie, dass du da warst. Danke. Bevor der Kaffee kalt wird, trinken wir jetzt gleich noch einen kleinen Schluck. Oh yes. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Genießen Sie ihn. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Denn Montag ist Wohntag und wir haben tolle Produkte für Sie. Machen Sie es gut. Tschüss.